Dominik Hainz ist im Sommer ganz bewusst in den beschaulichen Preisgau gewechselt. Beim SC Freiburg hat der Abwehrspieler seinen großen Traum aber längst nicht aufgegeben. Für einen Verein mit Champions League Ambitionen hat sich Dominik Hainz nun wirklich nicht entschieden. Ganz bewusst wechselte der 25 Jahre alte Abwehrspieler im Sommer vom Absteiger 1. FC Köln in den beschaulichen Preisgau, seinen Karriereplan hat der 25-Jährige aber auch beim SC Freiburg längst nicht aufgegeben. Mein Ziel ist es, oben anzukommen und vielleicht irgendwann Champions League zu spielen oder bei der Nationalmannschaft anzuklopfen, sagte Hainz zuletzt der Bild-Zeitung. Das ist natürlich schon ein traumvolles Vertrauen in Christian Streich statt nach Freiburg hätte der gebürtige Pfälzer nach der vergangenen Saison wohl auch zu Borussia Dortmund, Schalke 04 oder Eintracht Frankfurt wechseln können. Diese drei Klubs spielten unter der Woche alle erfolgreich im Europapokal, waren international im Fokus. Hainz trainierte in Freiburg, ich bin überzeugt davon, dass Christian Streich, Trainer des SC, D Rett, mich weiter nach vorne bringt, sagte Hainz, der Trainer will mich unterstützen. Wenn ich noch an ein paar Sachen arbeite, dann sieht er mich genau da. Er sieht in mir, was ich auch selbst in mir sehe. Wenn ich weiß der Trainer steht hinter mir, dann traue ich mir natürlich viel mehr zu. Warum sollte es nicht klappen? In Freiburg zeigen die beiden Innenverteidiger Hainz und Manuel Gulde seit Saisonbeginn gute Leistungen. Was in den Strafraum kommt, wird in der Regel sauber Weg verteidigt, sagte Hainz zuletzt. Vielleicht ist es dabei ein Vorteil, dass Bundestrainer Joachim Löw des Öfteren im Schwarzwaldstadion zu Besuch ist. Warum sollte es nicht klappen? Fragte Hainz im Sommer im KK-Interview angesprochen auf den Umbruch in der Nationalmannschaft nach dem WM-Desaster. Das Beispiel Nils Petersen zeigt, dass das auch beim SC möglich ist. In Deutschland gibt es nicht so viele Innenverteidiger mit starkem linken Fuß, außer meinem früheren Vorbild Holger Badstuber, der leider oft verletzt war. Abseits der Bundesligaspiele schaut Hainz weit über den Fußballplatz hinaus. Bereits mehrfach organisierte der 25-Jährige Benefizspiele für ein Kinderhospiz in Dudenhofen. Punkt. Wir sind auf der Sonnenseite und wollen dort helfen, wo Leid und Kummer sind, Menschen unterstützen, denen es nicht gut geht, die krank sind, sagte der Innenverteidiger der Rhein-Pfalz. Ich bin Harry und Humm-Desaster. Hier werden die Rhein-Pfalz gespürt und die Rhein-Pfalz gespürt.